Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Records and Mountains hier auf Algoedum mit mir, der Mats, dem Bad Lieutenant. Und heute, liebe Leute, machen wir eine kleine Zeitreise in den 90er und gleichzeitig damit verbunden auch die Eröffnung einer kleinen Unterrubrik, die jetzt hier öfter mal mit Alben füllen möchte und zwar der 90s Flashback. Ich habe in den 90ern einfach den Großteil meiner frühjugendlichen musikalischen Sozialisation erfahren und da glaube ich, ist es ganz klar, dass mich das Jahrzehnt, also was für ein Krempe die 80er sind, das sind für mich einfach die 90er. Und da sind natürlich viele Alben, die es dann, denke ich, doch wert sind, auch mal wieder ein bisschen ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, die eigentlich verschütt gegangen sind durch die Zeit und gleichzeitig natürlich auch klarerweise persönliche Favoriten. Wie haltet ihr es denn generell wie die 90er? Ich meine, viele von euch werden sie natürlich aktiv erlebt haben. Und nun ist es ja so, dass in dem Jahrzehnt ja unfassbar viel möglich war. Also eine komplette Ausdifferenzierung und Ausfranzung der Stile. Es war auf einmal ein Aufbrechen und ein, ja, kann man fast sagen, eine Dekonstruktion von dem, was stilistisch in den 80ern vorgelegt wurde. Das waren einfach die 90er, ja, und da ist vieles, würde ich jetzt mal sagen, gut gealtert und vieles ist im Nachhinein wirklich grauenhaft. Also würde man sagen, auf der Haben-Seite sicherlich, ich meine, das, was am meisten Imprint immer noch hat, auf den Underground und auf die Metalszelle allgemein, ist natürlich Second Wave Black Metal, braucht man nicht reden, das ist ganz, ganz wichtig. Tick, immer noch als Impulsgeber und natürlich der Death Metal, ganz klar. Also da fährt der Zug drüber und über das müssen wir uns jetzt heute nicht extra unterhalten. Das steht fest, dass für diese zwei Untergattungen und Substile die 90er ganz, ganz zielprägend waren und sogar fast das wichtigste Jahrzehnt waren, ganz klar. Aber was ist mit den anderen Spielarten der lauten Musik, der hauten Musik? Da muss man einfach konstatieren, dass es viel, ja, einfach so nicht in die Jetztzeit geschafft hat und zu Recht auch vergessen worden ist. Ich meine, der ganze New Metal, der ganze Rap Metal und vor allem gewisse Auswüchse des Crossovers, da seien wir uns mal ehrlich, ich meine, sowas wie Aquano Apes und H-Blocks, also mein lieber Scholli, braucht wirklich heutzutage keine Sau mehr und das vollkommen zu Recht. Aber eben, es gibt so die kleinen Perlen, es gibt so die kleinen Ode, die so ein bisschen in der Sands of Time schlummern und die uns jetzt auch so ein bisschen hervorkitzeln werden. Und ja, im Laufe der nächsten Monate werde ich da immer wieder so ein bisschen auf den Fundus meiner 90er Lieblingsalben zurückgreifen. Und ja, die Auswahl war ein bisschen schwierig, denn natürlich, ich meine, es bietet sich so viel an und mit was starten wir? Und ich starte jetzt mit etwas ein bisschen untypischem. Ich muss jetzt gleich vorausschicken, einige von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, die erste Folge von Soundhouse, wo ich eigentlich das erste Mal mit dem Krempe öffentlich debattiert habe und eigentlich so ein bisschen mein Einstieg in die Algertum-Welt. Die erste Soundhouse-Folge drehte sich um die 90er und um die besten Alben der 90er. Und der eine oder andere ist jetzt natürlich herzlich eingeladen, sich entsprechend den Podcast von damals wieder zu Gemüte zu führen. Und da wird man wirklich zu Genüge fündig. Und das nur so als kleiner Nebenhinweis, dass die 90er hier und auch podcasttechnisch schon einmal Thema waren und auch wieder Thema sein werden, wie man jetzt sieht. Ja, um was soll es heute gehen? Ja, ich mache es jetzt mal kurz und bündig. Es geht um dieses Album hier. Schaut es mal. Ja, das sind White Zombie. Und ich denke jetzt mal doch, die meisten von euch werden White Zombie aus den 90ern noch kennen. Das Album, was es heute gehen soll, ist die Astro Creep 2000. Und bitte, immer wichtig bei White Zombie oder Rob Zombie, man muss das Ganze natürlich lesen. Und zwar ist es nicht nur Astro Creep 2000 als Albumtitel, sondern Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head. Bitte genau sein, ob sie hier lang in allem Titel jetzt wirklich sein müssen, sei dahingestellt. Aber nennen wir es einfach mal der Kürze halber Astro Creep 2000. Ja, kurzer Abriss für diejenigen unter euch, die White Zombie und den Weidegern vielleicht nicht mehr so parat haben. Also sie sind 1985 in New York gegründet worden und die Gründungsmitglieder, um die sich dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alles drehen wird und die damals die Banners in der Taufe gehoben haben, waren natürlich Rob Zombie und eine gewisse Jean Isolt an dem Bass, eine Frau am Bass. Und um diese zwei hat sich dann so ein bisschen das Besetzungskarussell gedreht in den nächsten Jahren. Die Band unternahm dann erste Gehversuche, stilistisch war das aber, würde ich jetzt mal sagen, eher so ein bisschen dem Noise-Rock zuzuordnen. Also nicht wirklich vergleichbar mit dem, was dann später kam in den 90ern. Benannt sind sie natürlich nach dem 1932er Horrorstreifen White Zombie, eh klar, nach einem Horrorfilm. Und ja, und die Band hat dann irgendwie so ein bisschen versucht, den Fuß in die Tür zu kriegen im Musikbusiness. Und es ist ihnen dann doch relativ spät erst gelungen. Und zwar Anfang der 90er. Und immerhin, muss man sagen, Geffen Records, ja, also ein Major hat sich der Band angenommen. Man hat natürlich schon damals, ja, Anfang der 90er, haben die Major natürlich schon gerochen, dass hier mit Metal, mit Alternative, Metal, mit Alternative generell recht viel geht und haben schon da die Fühle ausgestreckt. Und das sei der Band natürlich vollkommen zu vergönnen, hier gleich bei einem großen Label zu landen. Und gleich das quasi Debütalbum war ein Riesenhit. Und das soll es heute nicht gehen, aber ich stelle es euch, wieso nicht, trotzdem mal vor. Und zwar ist die Rede von dieser feinen Scheibe hier. Und zwar ist es die La Sexo Zisto. Doppelpunkt Devil Music Volume 1. Ja, wollen wir hier auch genau sein. Schaut mal hier das schöne Cover. Und ja, wie immer generell die Aufmachung bei White Zombie sehr, sehr detailverliebt und sehr comichaft. Schaut mal hier hinten. Ja, ich würde sagen, Russ Meier würde die Daumen hoch geben für dieses Backcover. Aber ja, das würde ich mal sagen, quasi Debüt, wenn man jetzt mal die ganzen EPs und so Ende der 80 Mal beiseite schiebt. Also La Sexo Zisto. Und darauf enthalten, ja, gleich vorweg, ein großartiges Album, ein tolles Album, ein großartiger Debüteinstand für diesen ganz eigentümlichen Sound, mit dem sie in den 90ern berühmt wurden. Und mit einem großen Hit, mit eigentlich, manche würden sagen, dem größten Hit der Band. Und zwar handelt es sich hier um Thunderkiss 65. Und Thunderkiss 65 ist, ja, einige von euch werden sich vielleicht zurückerinnern, durch Beebys and Fucking Butt-Head berühmt geworden. Nämlich durch das Video, das die zwei dann vorgestellt haben. Und das ging halt so wie vieles, was die zwei gefeatured haben. Die zwei Idioten ging es dann komplett durch die Decke. Und zu Recht, weil toller Song und, ja, auch toller Einstand. Aber Rob Zombie war noch nicht ganz zufrieden mit diesem Album, mit dieser Version oder Vision der Band. Er meinte, da ging noch mehr und es kam dann noch viel mehr. Und nach diesem Album schwamm die Band natürlich auf einer Erfolgswelle. Und, ja, es kamen dann lustigerweise, was ja auch für eine Band, die so visuell funktioniert, wie weit Zombie eigentlich recht logisch ist. Es folgten dann recht viele Soundtrack-Beiträge. Unter anderem dann für den Beebys and Butt-Head-Film für Airheads. Manch einer wird sich noch erinnern dran. Und, und das wollen wir nicht vergessen, ein sehr großartiger Beitrag für Nativity in Black. Ein Black Sabbath Cover Sampler, über den, ja, das lassen wir jetzt heute mal weg. Über den werden wir vielleicht noch einmal in Zukunft reden, weil ganz, ganz tolle Versionen von Black Sabbath Songs auf dem Album. Da war ein White Zombie eben auch vertreten. Nun gut, aber, ja, Rob Zombie war irgendwie rastlos. Also es war alles okay, der Erfolg war da, aber kreativ sah er sich noch nicht in seiner Vision verwirklicht. Und, ja, die Band hat dann an neuen Songs geschrieben. Und schlussendlich 1995, es war dann doch, muss man sagen, ja auch recht spät, denn dieses Album hier kam ja immerhin schon 1992 raus. Also, ja, für die damalige Zeit, ich meine, das wisst ihr ja vielleicht noch, da waren drei Jahre viel. Ich meine, heutzutage ist drei Jahre gerade einmal ein Durchschnaufen und die Band hat einmal eine Tour zum Album erledigt. Damals waren drei Jahre eigentlich viel. Aber, ja, trotzdem, so viel Zeit hat es gebraucht. Und, ja, vollkommen zu Recht muss man sagen, dass die Band sich da Zeit gelassen hat und getüftelt hat im Studio, bis dann schlussendlich dieses Magnum Opus 1995. Und 1995 liebe ich generell. Was für ein Album. Ich habe das damals im Podcast mit dem Krempe ja auch schon mehrmals zur Sprache gebracht und mehrmals erwähnt, meine These, dass 1995 sich einfach, also da war quasi der kreative Peak von dem, was die 90er ausgemacht haben oder von dem, was von den 90ern auch heute noch erwähnenswert ist. Und somit auch dieses Album, ja, Astro Grip 2000. Und es war ein Riesenerfolg. Es war ein Riesenerfolg. Es ist ein Klombplatz 6 der Billboard Charts, muss man sich vorstellen mit so einem Album. Ja, das war schon toll. Aber damals ging ja wirklich generell unfassbar viel mit Alternative, mit Metal. Also, wenn man sich vorstellt, dass damals auch Pantera irgendwann mal Platz 1 der Billboard Charts waren, das war ja komplett irre, konnte man sich ja damals nicht vorstellen. Und die Single More Human Than Human erklommen die Top 10 in den USA auch. Ja, aber okay, das mal beiseite, das sind jetzt so ein paar Nebenfacts. Es soll ja um den Inhalt gehen, es soll ja um die Qualität gehen, sondern um das gehen, wie soll ich das hier jetzt in die Kamera halt, denn, ja, bei 90er Alben ist natürlich schon immer mal wieder, die haben schon so Startschwierigkeiten in der öffentlichen Wahrnehmung, und dann, man schaut natürlich gleich mal, okay, was ist daran, was ist daran jetzt wirklich noch bleibend? Und ja, auf diesem Album sind Industrial Einflüsse, ich würde mal sagen, so, ja, Industrial, das, ich meine, man sagt das jetzt nicht offiziell, aber ich nenne es mal trotzdem Second Wave Industrial, also nicht das, was man von Ende der 70er, von Sir Throbbing Gristle oder einstürzende Neubauten kennen, Industrial Technisch, sondern nein, das, was dann später, in späterer Folge 9-Inch-Nails oder vor allem auch Ministry aufs Tapet gebracht haben, ja. Also, das ist hier ganz, ganz groß beeinflusst von Ministry, aber was hier fabriziert wird, das ist so unfassbar eigenständig und so getrieben von einer ganz, ganz eigentümlichen künstlerischen Vision, wie man es sonst eigentlich in den 90ern, wie sonst in den 90ern eigentlich wenig anzutreffen ist. Da sind so unfassbar viel Einflüsse drauf. Ich meine, ich zeige euch jetzt einmal, der eine oder andere wird es ja wissen, Rob Zombie hat sich dann nach der Auflösung von White Zombie als Regisseur von Horrorfilmen, Retro-Horrorfilmen versucht, sehr erfolgreich, muss man auch sagen, und viele dieser Filme haben auch bleibende Spuren hinterlassen, über das reden wir dann noch später. Und ja, wie schon erwähnt, unfassbar detailverliebte Aufmachung der Booklets. Schaut es mal her, ja, es ist ja doch wunderbar, oder? Und teilweise auch selbst gezeichnet von einem guten Rob. Und ja, man sieht hier schon, ja, es ist ein absolut abgefahrenes, auch ästhetisch-visuell, wie auch klangtechnisches, komplett abgefahrenes Amalgam aus unfassbar vielen Einflüssen. Also aus der, natürlich, man sieht es hier, aus der Comic-Kultur. Es ist hier so Cyberpunk-Ästhetik drinnen. Es ist natürlich, ja, man hat es ja hier schon gesehen, also ein bisschen diese Grindhouse-artige Horror-Flick-Ästhetik. Klar, Horror-Filme, ganz, ganz großes Ding, by White Zombie. Und auch textlich natürlich. Und das Ganze so, ja, ein bisschen verwoben, auch wie schon erwähnt, mit diesem, ich sag mal, End-80er, Anfang-90er Industrial Sound von Ministry. Und da waren Ministry ganz, ganz wichtig, über die werden wir auch irgendwann einmal reden. Natürlich Ministry, weil die Psalm 69, was für ein Album. Und die, die hat so, ja, die hat so dermaßen Spuren in der DNA so viele 90er-Bands hinterlassen. Und auch dieses, so ein bisschen heißer, röchelnde Organ von Al Jogensen, das findet hier ja auch in den Vocus von Rob Zombie sein Entsprechung. Wie ihr seht, da fällt was raus. Ja, ihr habt mir das zum Spaß gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr das auch getan, dass ihr Kritiken ausgeschnitten habt aus Magazinen? Naja, also, hat nicht mehr gemacht. Ich habe es damals getan. Und hier auch eine wunderbare Metal-Hammer-Kritik. Und hier sieben Punkte von sieben, vollkommen zu Recht von Markus Kafka, war damals neben dem Robert Müller einer meiner größten Einflüsse, was neue Alben, neue Werke, neue Stilrichtungen anbelangt hat. Und ja, liebe Leute, man konnte in den 80ern sowieso, aber auch in den 90ern, ja, war der Metal-Hammer wirklich ein wertvolles Blatt, aus dem man viel ziehen konnte. Ja, muss man wirklich sagen. Also, ihr seht schon hier auf diesem Album ganz, ganz viel drinnen. Und ja, es ist sehr, sehr psychedelisch. Es ist trippy. Also man fühlt sich wie, ja, wie von mir vom Rollercoaster. Also Ups and Downs, es geht runter in die Geisterbahn, es geht in luftige Höhen. Es sind, ja, pumpende Industrial Beats und ein Mörder-Mörder-Croove. Die Gitarren schneiden, ohne dass es jetzt gebrickwalled ist und ohne dass es jetzt, ja, übertrieben, übertriebenerweise die Dynamik killt. Terry Date hat diese Produktion zu verantworten und der Mann, er hat ja schon in den 80ern tolle Album gemacht und auch dieses Wunderwerk hier veredelt. Und ja, ihr seht schon, es ist wunderbar eigenwillig und es ist grandios visionär. Es ist bis auf more human than human sind da eigentlich nicht wirklich so offensichtliche Hits oben. Und gerade das macht die Scheibe für mich sympathisch. Schaut es mal hier nochmal, ich muss es kurz mal in die Hände. Man kann hier fast alles in die Kamera halten, egal ob Backcover, Booklet, ganz egal. Bei White Zombie wird man nicht mehr fündig. Ja, und für mich bündelt eigentlich dieses Album die unbändige Kreativität und das Ausufern und 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 stilistische Wuchern und um sich greifen der 90er bündelt das hier fast am besten. Und wer wirklich ein Album will mit kreativen Auswüchsen, die eigentlich für die 90er stehen könnten, der kann hier zugreifen und es ist wirklich das Beste aus den 90ern wie unterm Brennglas, liebe Leute. Hier, White Zombie. Und ja, es wird dann, zum Schluss hin wird es noch wirklich ganz, ganz melodisch. Ja, also da wird es dann bei Blurred Technicolor und dann bei Blurred Milk and Sky, also da klingt es dann wirklich wie Rocky Erickson, The 13th Floor Elevators, die jetzt wirklich die Darmwood Spy von Nine Inch Nails in die Hände bekommen haben und jetzt meinen, sie müssten das jetzt in ein Soundkonzept verwusen. Also ganz, ganz eintöne ich natürlich ein Kind seiner Zeit. Da braucht man nicht reden. Das ist ein Kind seiner Zeit und es klingt auch sehr nach 90ern. Aber ich finde, liebe Leute, es ist super gealtert. Gebt dem Album eine Chance und klar, man soll nicht über White Zombie reden, ohne dass man nicht kurz, auch jetzt natürlich Rob Zombies weiterer Karriere umreißen. Die Band hat sich 1998 dann aufgelöst. Querellen waren immer ein Teil der Bandstruktur. Richtig harmonisch ging es hier leider nie zu. Was man hier auch noch erwähnen sollte, Anfang bis Mitte der 90er war dann das Bandgefühl ja doch recht stabil. Und der Gitarrist J. Null Younger, der hat hier einen nicht unwesentlichen Beitrag zu diesem Soundkonzept. Und es ist ja nicht hier alles nur programmiert, liebe Leute. Hier gibt es, ja, hier sind auch richtig organische und, und, ja, auch von Menschenhand gespielte Drums. Also kein Angelo Sasso hier drauf. Nämlich der John Tempesta spielt hier drauf. Denn der wurde nach der La Sexocisto in die Band geholt. Und der hat Wumms und der hat Wucht und der kann spielen, ja. Ich meine, viele von euch werden es ja wissen, Ex Testament und Ex Exodus. Und der blieb bis zur letzten Inkarnation dieser Band im Gefüge. Und hat diese Band, wie ich finde, super ergänzt und super vervollkommen. Und das ist eigentlich wirklich das Line-Up, was es eigentlich zu erinnern gilt. Und, ja, 98, es kam zum Split. Und ich muss euch sagen, liebe Leute, ja, es ging danach jetzt nicht wirklich bergab. Denn die einzelnen Bandmitglieder haben sich dann anderen Projekten gewidmet. Die wunderbare Bassistin, die arschcoole, lässige Bassistin, Jean-Ru Solz, die wirklich was auf dem Kasten hatte, die hat sich dann der bildenden Kunst gewidmet. Und auch die anderen Bandmitglieder haben sich dann leider nicht zu erfolgreichen Projekten gewidmet. Und natürlich Rob Zombie, und über den reden wir jetzt noch schnell. Meiner Meinung nach, da kann man gern jemand widersprechen. Er hat eine Solokarriere, danach begonnen, nach 98. Und schon im gleichen Jahr hat er dann sein quasi Solo-Debüt veröffentlicht. Und, ja, das ist wirklich wert. Die Hellbilly Deluxe, ja. Die ist, das ist, das ist wirklich, auch das heute noch wirklich super toll hörbar. Aber, aber, es setzt eigentlich die, ich sag mal, die Subtilität, die hier irgendwie so ein bisschen vorherrscht. Ja, diese, 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 diese Detailverliebtheit, die noch auf der AstroChip 2000 vorherrschte, die wird hier jetzt schon in ein Soundkonzept übergeführt. Das halt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen berechnen, und ich würde jetzt, ähm, auch nicht sagen aufmerksamkeitsheischen und kommerziell. Aber doch in ein, äh, in eine Art von Zugänglichkeit, die, äh, ja, die Hits abgeworfen hat. Aber danach, in der Folge dieses Albums, die nächsten Alben danach, da wurde es dann, ja, man muss schon fast sagen, banal. Aber das hier, kann man sich auch noch zulegen. Und schaut's mal hier. Hellbilly Deluxe auch hier. Kritik, ja, habe ich auch wieder ganz, ganz toll hier aufgemacht, ja. Das ist doch schön, ja, das ist doch schön. Also, die ist auch absolut empfehlenswert. Und, äh, ja, was ich vielleicht, ich meine, ihr, ihr merkt schon, es gibt hier so unfassbar viel. Dieses Universum, dieses Zombie-Universum ist wirklich groß. Und da vergisst man schon schnell mal was. Ähm, ganz kurz noch hier erwähnenswert, äh, die vielen Samples. Und wie hier, äh, generell, ich meine, Sampling, wissen wir ja, kommt so ein bisschen aus dem Hip-Hop und, ähm, da ist ja kein Hip-Hop drauf. Aber die Art und Weise, wie hier natürlich vor allem Samples aus, äh, Horrorfilmen, aus, äh, Horrorfilmen, aus, äh, Slasherfilmen, wie das hier verwoben wird. Und auf eine ganz, ganz lässige und, wie gesagt, äh, teilweise jetzt nicht marktschreische, sondern durchaus auch subtile Art und Weise. Wie hier mit, äh, Sampling-Kultur umgegangen wird und wie die hier reingebracht wird ins Spiel. Das ist auch ganz, ganz großes Kino. Und das muss ich auch noch erwähnen, ja. Zu dem Ganzen, was hier, äh, äh, ja, eh schon gesagt toll ist. Und, ähm, More Human Than Human, ja. Der eine oder andere, wie gesagt, wird sich noch erinnern, auch dieser Song war, äh, ein MTV-Hit. Und, äh, auch die Lyrics, ich meine, auch über die Lyrics kann man noch kurz reden. Ähm, ja, es ist total wahnwitzig. Es ist jetzt kein Rap, aber es ist, äh, es ist schon so eine Art, äh, hervorgekeifter und geröchelter, so eine Art Sprechgesang schon. Es ist fast schon so eine Art Stream of, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sleazy, äh, mit viel Anzüglichkeiten versehener Stream of Consciousness. Ja, das, das kann man schon fast sagen und auch, auch sehr eigenwillig, ja. Ähm, tolle Texte. Und hier bei More Human Than Human, da, äh, da geht's los mit I Am The Astro Creep, äh, Album-Titel. A Demolition-Style, äh, Hell-American Freak. A Hell-American Freak, ja. Und es war der Hauptzombie auf alle Fälle. Und, äh, ja, ein Freak, liebe Leute. Welcher Film? Und jetzt sind wir bei den Filmen, ihr wisst es ja zum Schluss, meistens nicht immer, aber irgendwas Filmisches, wenn es um Hauptzombie geht, da muss natürlich irgendwas Filmisches her. Ja, und da, äh, begann es in meinem Hirn zu arbeiten und mir dachte, okay, äh, natürlich die offensichtlichen Sachen, äh, liegen auf der Hand, aber Freaks, Freaks, und da kam mir ein Film in den Sinn, der auch, äh, von dem ganzen, von der ganzen Over-the-Top-Ästhetik und, äh, ähm, von, äh, von der ganzen Horror-Bildsprache einfach ganz, ganz toll in dieses, äh, White-Zombie-Schema passt. Und zwar ist die Rede von Freaked, liebe Leute, Freaked, von 1993. Und ihr seht schon, die gute Brooke Shields spielt hier auch mit. Und, äh, um was geht's hier? Ich will euch nicht zu sehr jetzt damit nerven, aber ich muss den in die Kamera halten, den Freak passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und es ist eine, wie soll man sagen, so eine Art Horror-Comedy. Ähm, und hier ist viel Body-Horror auch drin, aber auf eine ganz, ganz, äh, verspielte und, ähm, humorvoll, ironisch-sarkastische Art und Weise, so wie man's bei einem Regisseur wie Cronenberg niemals vorfinden würde. Und ich dreh das jetzt um, halt jetzt nicht so lange in die Kamera, aber ja, es kann durchaus sein, liebe Leute, dass sich der gute, äh, Rob Zombie hiervon, äh, hat inspirieren lassen. Ja, also das liegt nicht weit weg. Ähm, der Plot, muss man ganz ehrlich sagen, eher vergessenswert. Es geht um die Freak-Farm eines, eines, äh, verrückten Wissenschaftlers. Und da kommen natürlich Leute hin, die mit dieser ganzen Freak-Show-Szene nichts zu tun haben, werden damit dann konfrontiert und dann nimmt das Unheil so ein bisschen seinen Lauf. Kann man eigentlich vergessen. Und das, äh, was es hier eigentlich geht, ja, ist, äh, der Humor, also dieser, dieser Black-Comedy-Anteil dieses Films und, ähm, und, und die unfassbare Liebe zum Detail. Also ein riesen Shoutout geht hier wirklich an die Maskenbilder. Ja, nix, nix, nix CGI, liebe Leute. Es ist, also, äh, vergesst es, hier Masken, ja. Und unfassbar kreativ, die hier umgesetzt worden sind. Äh, und, ja, es ist, äh, äh, es macht Spaß. Es macht, es ist ein, ein richtiger Popcorn mit Bier und Freunden auf der Couch rumlungern und sich diesen Film geben. Es ist, äh, er ist gut gealtert und man kann ihn sich heute noch anschauen. Und wenn ihr euch Astro Creep 2000 gebt, das White Zombie Album, gebt euch auch diesen Film. Zwei Fun Facts noch. Ähm, ursprünglich sollte dieser Film, äh, ein, äh, Low-Budget-Horror-Streifen werden, äh, wo, äh, die Butthole, die Butthole-Surfers, äh, die Band eine entscheidende Rolle spielt. Und wer so ein bisschen die Butthole-Surfers kennt, der malt sich schon im geistigen Augen so ein bisschen aus, dass das eigentlich auch sehr, äh, sehr spannend hätte werden können. Aber der Film wurde dann, äh, äh, ja, noch dutzende Male umgeschrieben und auch das Drehbuch verändert, bis man dann am Ende, ähm, bei dieser Version angelangt ist. Und, äh, eine sehr gelungene, wie ich finde. Fun Fact Nr. 2. Ein Schauspieler, der in den Endcredits nicht, äh, Erwähnung fand, aber hier trotzdem zu sehen ist. Als einer der Freaks ist kein geringerer als Keanu Reeves. Ja, der Keanu Reeves. Und, äh, der kommt hier, äh, in der Rolle von Ortis vor. Und, äh, dieser Ortis ist, äh, ähm, ja, auf Englisch heißt er The Dog Boy. Also, Keanu Reeves spielt einen Hundemenschen. Leute, gibt's euch das, ja. Allein schon deswegen ist das ganz, ganz entscheidender Stoff. Und, ja, lädt schon ein. Freaked! Und zu guter Letzt, ja, und das will ich natürlich nicht unterschlagen, eröffnet natürlich auch eine kleine Diskussion. Und, äh, Frage an euch da draußen. Äh, was sind eure Faves? Habt ihr es ja schon erwähnt, äh, Rob Zombie hat, äh, nach 98, dann neben seinen, äh, Aktivitäten als, äh, Solo-Künstler, äh, musikalischer Natur natürlich auch ein zweites Standbein als Regisseur eröffnet. Und manche Filme, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, ja, es ist immer so ein bisschen ein Auf und Ab bei seinen Sachen. Ähm, oft einmal sind seine Filme Publikumserfolge, die dann aber bei der Kritik durchfallen und umgekehrt. Ähm, und ich habe dann oft auch, äh, so ein bisschen mit seinen Werken. Aber ein Film, da muss ich sagen, und vielleicht seid ihr mit mir einer Meinung, sonst schreibt es mir das natürlich in die Kommentare, was ihr, äh, äh, als Opus Magnum von, äh, von Rob Zombies, äh, Regiekarriere haltet. Also, meines Dafürhaltens ist es The Devils Rejects, ja, The Devils Rejects. Und so wie es hier oben steht, äh, er ist nasty und er ist ziemlich savage. Und, äh, ich finde, der Film ist wirklich bleibend. Und Hut ab an Mr. Zombie, ähm, das ist wirklich ein, äh, moderner Horrorklassiker. Und, äh, ganz zum Abschluss noch, ähm, ja, Rob Zombie hat sich auch sehr gut drauf verstanden, immer wieder seine Filme mit Musik zu versehen. Und zwar nicht mit seiner eigenen Musik, sondern mit fremder Musik. Und, äh, ich verrate ja nicht zu viel, aber wenn ihr euch den jetzt hier auch im Zuge dieser White Zombie vorstellt und nochmal zur Gemüte führt, neben diesem unfassbaren Film Freaked, wenn ihr euch den hier auch nochmal zur Gemüte führt, im Abspann. Im Abspann ist hier ein, ein unfassbar schönes Folklied. Ähm, ich, äh, ich verrate hier nicht mehr der Abspann-Song. Ein ganz, ganz, eine ganz, ganz liebliche, äh, äh, Folkballade, ähm, die mich wirklich von den Socken gehaut hat und eigentlich im krassen Kontrast zu dieser unfassbaren Brutalität und zu diesem Gewüte hier steht. Mehr sage ich nicht, äh, verrate ich euch jetzt nicht. Schaut euch den bis zum Abspann an. Ein wunderschönes, wunderschönes, ähm, Folklied, ein Folksong, den ich mir dann, äh, auch raussuchen musste natürlich und mir dann auch das Zugehörige-Album gekauft habe. The Devil's Rejects, hier stimmt alles. Ja, von der Bildsprache, Ästhetik und auch, wie gesagt schon, von der Musik- und Song- und Soundauswahl. Das ist hier ganz, 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 ganz großes Kino und auch sein Crown Achievement vom guten Herrn Zombie. Ja, puh, das war's. War jetzt eine lange Folge, aber wenn man von Rob Zombie spricht oder von White Zombie spricht, ähm, ja, das ist ein kleines Universum musikalischer Natur, ästhetischer Natur und da muss man einfach ein bisschen ausschweifen. Schreibt's mir in die Kommentare, was, was haltet ihr davon, äh, ist, ähm, ist da was aus diesem großen, kreativen Oeuvre dabei, was euch noch anspricht? Was sagt ihr zu Astro Creeb 2000? Habt ihr, hattet ihr die Daumen am Schirm? Ähm, ladet das euch jetzt ein, äh, das euch zu Gemüte zu führen. Ich würde sagen, macht's es. Äh, es lohnt sich. Und schreibt's mir das. Mir hat's Spaß gemacht, ein bisschen auszuscheren. Und ja, dieser 90s Flashback findet seine Fortsetzung, meine lieben Leute. Und somit schließe ich, hört's da rein. Und dann, wenn wir die Daumen am Schirm machen,